Wir kommen bis zu einem Auto, Alter. Oh nein. Das ist eine ordentliche Strecke, die er hier zurückgelegt hat. Ja, manche haben sogar, glaube ich, Schwarze. Die sind abgestorben schon. Ich würde es auf alle Fälle mal probieren, aber unser See ist ja gut. Ich meine, hier unten ist auch ein See, wo wir wohnen. Der süße See, aber das ist mir nichts. Das ist irgendwie so ein, das ist nicht wirklich ein schönes Gewässer. Was dafür Pampe drauf rumschwimmt manchmal. Ich glaube es auch. Ich glaube auch. Also ich bin ja auch ein Warmentuscher. Also wenn mich jemand Warmentuscher nennt, das wäre nicht mal eine Beleidigung. Ich weiß auch nicht, warum sich da manch einer beleidigt fühlt. Für mich wäre es halt die Wahrheit. Ich gut, ab und zu mal warm galt. So, im Wechsel. Schade, keine Skepsis hier. Oh, da vorne kommt das Rand. So. 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 Sorry. So. 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 Das war's für heute. So, für die ist der Red zu Ende. Na ja, da kann ich eigentlich auch zu mir ins Kartenhäuschen fahren, Thomas, da habe ich ja auch einen See, aber das ist ja weit, also eine Stunde fährst du schon. Ja, ich habe ihm die Schuhe geputzt. Ja, ich habe ihn jetzt. aber im sommer gehst du doch schon mal ins wasser oder ich lasse ihm sein zeug ja 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 Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du sagst, selbst im Sommer ist es mir zu kalt. Aber alles schon gegeben. Jetzt brauche ich noch Skefs zu meinem Glück. Hier ist keiner. Nee, dann kann ich wieder vor zum... Aber wir müssen ja eigentlich... Jetzt haben wir ja... Oh, Emma kommt Checkpoint Exit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gucken wir wieder zum Oli vor. Und dann eventuell sogar ins Oli rein. Dem 23 habe ich natürlich die Wache mit abgenommen. Weil ich bin ja selbst 24, also von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Finde ich okay. Dem Level 11 war der armen Super, habe ich das Zeug da gelassen. Oder 23 er wurde gnadenlos geschröpft. Eigentlich auch nicht. Hat auch noch sein ganzes Zeug. Bis auf die Waffe. Ich hätte wohl den aber Rucksack mitnehmen können. Aber eigentlich will ich ja bloß meine Skefs killen und dann wieder raus. Ich will gar nicht großartig looten. Das Dash ist ja auch voll. Ach Thomas, man ist doch so alt, wie man sich fühlt. Ich meine, manchmal fühle ich mich schon wirklich alt. Ja, so wie heute. Man hat dann mal einen Feiertag. Du nutzt die Zeit eigentlich nur, um ein bisschen zu schlafen. Ein Video habe ich geschnitten heute und ein paar alte Streams. Was heißt Alter? So, die letzten Streams noch mit mir angeguckt. Und das Wichtigste. Rausgeschnitten erst mal. Jo, und dann war ich essen. Und nach dem Essen war ich müde. Ich habe mich hingelegt und gepennt. Das war nicht lang, aber trotzdem. Und dann bin ich auch so ewig nicht wieder in Ballung gekommen. Und ehrlich gesagt könnte ich mich jetzt eigentlich auch schon wieder hinlegen. Alles gesagt. Ja, aber die sagen das doch so wie wir. Also im Sinne, ey alter, guck dir das an alter. Und so. Und dicker wird das auch nicht besser machen. Das wäre ja dann sogar noch gelogen. Mein Sohn sagt auch alter zu mir. Also jetzt, ja wenn wir zocken oder so. Tja Leute, was ist hier los? Wo sind meine verkackten Skeps? Oh. 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 Das waren zwei. Mist, habe ich den Nane schlecht geschmissen, Mann. Achtung. Liegt da einer tot? Tja. Den würde ich mir eventuell mal angucken, hängen im Rucksack. Komm, Heilung. Danke, Leute. Danke, danke, danke. Oi, 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 oi. Danke, danke. Alter, mit der letzten Patrone. Scheiße. Mist. Ja, ja. Ärgerlich. Aber was willst du machen? Aber wir haben gut aufgeräumt. Drei Sch... Naja, gut. Ja, die Zweien am Skafcamp und dann den einen da die Rolltreppe nochmal hochkamen. Aber schade, der eine da tot lag, das war dann doch nicht mein Kill. Gut, dann soll sich das Geff jetzt an meinem Loot laben, das Geffspieler. Sie ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Danke, danke, Thomas. Und Cola, danke für den Clip. Sveni, grüß dich, herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal.